Hallo, das ist Düsseldorf und willkommen zu Let's Play Wayman Origins. Wir gehen weiter zu... Kein Weg zurück. Hurra! Mehr hast du nicht zu sagen außer Hurra? Kein Weg zurück. Gibt's hier sowas wie Endbosse? Scheint nicht so, ha? L.A. Toons! Oh! Gut gemacht, du hast genug L.A. Toons gereicht, um den Pfad zu reparieren. Endlich eine neue Welt zu erreichen! Schon wieder? Ja, singen sie! Und ich krieg sie nicht alle! Oh, wie frustrierend. Ich hab sie nicht alle! Nein, ich würde gern zurück. Und Level neu starten. Ich würde sie doch gerne alle einsammeln. Das wär mir doch ein wichtiges Anliegen. Rayman, los! Rayman! Rayman! Okay, dann halt nicht. Hoffen wir, dass es am Ende ist. Ja, so viel dazu. Hoffen wir, dass es trotzdem am Ende reicht, wollte ich sagen. Da freuen sie sich. Rayman, flieg doch! Rayman stirbt doch, ne? Ja, ich stelle mich mal wieder an wie der Meister. Der Meister dieses Spiels. Also, wow. Habt ihr schon mal so einen schlechten Rayman-Ovitic-Spieler gesehen wie mich? Ich auch noch nicht. So. Ah, ja! Das hätte ich gerne da oben. Gut, dann halt nicht. Oh Gott, nein. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich kriege nicht genug zusammen. Bin ich mir irgendwie so ziemlich sicher? So ziemlich sehr sicher. Warum ich mir da so sicher bin? Ja. Wer weiß. Komm her. Nein, dann kommen wir halt nicht her. Oh. Zurück. Danke. Ja, fast. Das ist der einzige Keh. Na, ich glaube, ich habe nicht genug. Mal gucken. Wir sehen uns gleich. Ja, Rayman, tanz! Ich sag Tschüss! Tschüss! Nein, wir haben nicht genug. Ich muss gleich nochmal da rein. Werde ich auch gleich erledigen. So schwer ist das Level ja nicht. So. Danke. Lass mich nochmal da rein. Ah, ich will da nicht hin. Ihhh. Waaah. Waaah. Where are you? Nein, danke. Da möchte ich noch nicht hin. Ich möchte nochmal hier rein. Bäm. 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 Komm schon, Rayman. Das können wir. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Das schaffen wir beide zusammen. Wir sind ein gutes Team. Wir sind ein super gutes Team. Das war echt klasse, Rayman. Das war eine sehr gute Leistung. Dafür ist das hier gerade der größte Rotz überhaupt. Scheiß. Ja bitte. Ich habe nicht geflucht. Nein. Nein, das hat sich nicht nach... Nein, ich habe nicht geflucht. Das hat... Weißt du, was seid ihr... Was habt ihr alles noch im Kopf? Wir nehmen mich schon Fluchenhörer angeblich, ja? Oh Mann, oh. Spiel. Rayman. Ja super, jetzt habe ich mich nicht mal da erwischt. Was soll denn der Bullshit? Dann nehmen die doch wenigstens mit. Aha. Wir können nur hoffen, dass es am Ende doch reicht irgendwie. Aus Gründen, die ich nicht verstehen sollte dann. Oder wir können hoffen, dass wir sterben und es nochmal von vorne versuchen. Also gerade habe ich es nicht mit diesem Level. Das kann... So... Das kann man ja... Sogar sehr gut sehen, dass ich das gerade echt nicht drauf habe, ne? Ja. So ist doch gut. Können wir das bitte so weiterführen? Was habe ich gerade gesagt? Mann! Seht ihr so rastig aus, wenn ich was nachholen möchte? Das wollte ich wahrscheinlich nicht in einem Level-Let's Play zumuten, aber... Das ist eigentlich so ein einfaches Level. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Rayman, bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Bitte, kein Missbound. Bitte, bitte, bitte. Ja, komm. Nein, nein, nein! Ich bin am Ende gestorben und es war so gut. Ich muss mich erst mal beugen. Spiel, du raufst mir den letzten Nerf. Rayman, hoch da. Spiel, raub mir bitte einfach nicht den letzten Nerf. Okay, dann verstehen wir uns auch viel besser. Glaubst du mir? Glaubst du mir? Ich habe dich viel lieber, wenn du mir nicht den letzten Nerf raubst. Und es ist einfach besser für uns. Bye! Wie wäre es, wenn ich einfach mal... still bin, während ich das mache? Ja, das kann ich... Ach, komm. Ja, komm, geh doch sterben, Rayman. Hier, tot gehen. Lecker. Ja. Wieso kann ich nicht einfach mal... Pass auf, ich bin jetzt mal den Versuch lang ruhig. Mal gucken, ob es besser geht. Die Musik ist gerade irgendwie anders. Und weirder. Was ist mit der Musik los? Was geschah mit ihr? Also, ach, scheimt leise. Ich meine, ich wollte doch gar nichts einsammeln von da. Ja, jetzt wird es wieder nicht reichen, wetten wir. Nein, das reicht nicht. Das wissen wir ja mittlerweile. Was 158 nicht reichen. Also, wenn ich still bin, dann ist die Musik... Weir. Sie ist schon wieder so weird. Irgendwas hat hier in der Musik doch verändert, oder? Kommt schon. Irgendwas hat hier in der Musik verändert. Ich kann euch einsteigen, der ist gerade... Meine Güte, Raimann. Reicht. Ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß. Du konntest langsam auch mal das machen, was ich drücke. Nee, ich habe nicht loslassen gedrückt. Ich habe nicht beim Ansatz nach unten gedrückt. Was ist los? Du kleine... Meine Fresse, spring doch. Äh. Nicht aufregen. Ich reg mich nicht auf. Nein. Ich schwör's euch. Wenn ich die Spieleentwickler irgendwann mal treffen sollte, auf der Gamescom, wo er... Keine Ahnung. Fick dich, Raimann. Keine Ahnung, wo. Ich schmeiß sie mit kleinen Elektrons, die ich aus faulen Eiern gebacken habe. Ah. So sehr habe ich sie gerade gern. Meine Güte. Ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay, das könnte noch hinhauen. Wenn ich jetzt keinen Mist baue. Ich habe Mist gebaut. Das haut nicht mehr hin. Außer ich schaff's zurückzukommen. Ich glaube. Dass es irgendwie nicht zurückgeht. Ja, also Level Neustart. Ich schwör's euch, Spieleentwickler. Wenn ich euch treffe, ne? Beschmeiß ich euch mit gebackenen Elektrons aus faulen Eiern. Kotze und Exkrementen von Stinktieren. Oh ja. Man merkt vielleicht, ich bin ein bisschen angesäuert. Ich brauche nur so ein ganz kleines bisschen. Das ist... Vielleicht... Willst du mich verarschen, Spiel? Willst du mich verarschen? Ja! Ja, ich merke's. Wow, hab ich wieder gute Laune? Das kann ja jetzt schon nichts mehr werden. Tschüss, Raimann. Wenn ich Tschüss sage, möchte ich, dass du stirbst. Und nicht das Spiel von alleine weiterspielst. Danke. Dann hat er mich Tschüss gesagt. Dann habe ich mich über den Controller nicht mehr berührt. Ja, er hat sich von ganz alleine da durchge... Tschüss, Raimann. Von ganz alleine da durchgeschwungen. So, jetzt aber. Raimann, bitte. Ich bitte dich inständig. Als deine Freundin. Würdest du mir die Ehre erweisen? Und... Ja! Ja, bitte. Das sieht doch fast göttlich aus. Oh Gott, nein. Ja, ich glaube, das hat schon wieder versaut. Obwohl... Ah, das reicht, das reicht. Töte mich bloß nicht. Das müsste reichen. Sehen wir gleich, ob's reicht. Bitte, lass es reichen. Komm schon, ich habe jetzt... Erstelf des Let's Plays damit verbracht. Ach, Autsch. Ein Verbindungslevel zu spielen. Ich bin begeistert von mir. Ich bin echt begeistert. Dankeschön trotzdem. Danke. So. Yeah! Zurück zur Lichtung der Träume. Hui! Kein Weg zurück. Juhu! Hör mal, neue Figur ist. Gehen wir uns Figürchen angucken, ha? Wir haben ja nichts anderes zu tun gerade. Hui! Wer ist denn verfügbar? Du bist verfügbar. Was bist du denn niedliches? Und was ist noch verfügbar? Was bist du? Ein Wä. Wä. Was warst du? Ach, du fliegst so. Bist du nicht genau das gleiche? Ja, irgendwie schon. Aber niedlich ist es allemal. Aber ich bevorzuge doch immer noch... ...Welmen. Zurück zähl ich von der Träume. Okay. Ba-ba-ba-baller, Mann. Oh, das hört sich ja super klasse an. Das hört sich so gut an wie... ...ich weiß nicht was. Wow. Leckst du schon wieder spielen? Spiel. Danke. Da hinten ist nichts. Aber in so Level waren wir doch gerade erst die ganze Zeit. Oh nein, nein. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Das kann ich doch so schlecht. Das kann ich doch so schlecht. Wirklich. Leute, das kann ich nicht. Sag ich doch. Da, da, da. Geh sterben. Ah. Ich kann aber auch nicht zurückgehen. Oh Gott. Ah, bloß nicht in den Windstrom kommen. Oh Gott, das kann ich doch nicht. Mando. Diese Level sind nicht lustig. Wirklich, überhaupt nicht lustig. Wie soll ich denn nach da oben... Achso, soll ich nach da oben schießen? Ich verstehe. Waaah. Äh, gehst du bitte nochmal, danke. Ja, aua, danke. Danke, tschüss. Ich bin tot. Ich muss alles nochmal machen und... Ne, ja, okay. Das ist eigentlich so putzig, ne, aber... Wow, ich bin so unfähig bei den Leveln. Wirklich so unfähig. Das ist nicht mehr lustig. Wirklich gar nicht mehr lustig. Ja, tschüss. Herzchen dagegen schießen. Und jetzt hier durch Lums holen. Nochmal da durch. So, was muss ich jetzt machen? Genau, euch kaputt schießen. Euch da oben kaputt schießen, okay? Äh, was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Okay. Puh, ah. Lums rausgeholt. Das sind noch mehr. Hilfe! Hilfe, das Level macht mich nervös. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich würde gern das hier oben haben. Was war das? Was ist das? Das irritiert mich grad so sehr. Das irritiert mich. Ich bin irritiert. Ich bin sehr irritiert. Ich bin am meisten irritiert. Ich würde gern... Nein, 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 nein. Fast, fast. Verdammt. Okay, okay. Alles gut, alles gut. Alles gut. Es geht alles klar. Alles klar. Mhm. Ja, ist alles klar. Ich schaff das. Ohne zu überlegen, wo ich hinschieße. Ach, du Scheiße. Ja. Ja, lass mich da hoch. Wie soll ich denn das da abschieben? Also so. Ist danach bitte gespeichert worden? 204. Das reicht doch niemals. Das sind keine 350. Kommt jetzt schon der Endbox? Nein, noch nicht. Ja, das ist okay. So ist in Ordnung. Ich hab ein Herzchen kaputt geschossen. Oh. Oh Gott. Geht mir weg. Ihr macht mir nur Aua. Ach ja, und ihr gebt auch Lums. Lums, da war ja was. Ich hätte gern die Lums hier außen rum. Lums. Die Lums. Lums. Noch ein paar. Kommt mal her. Ach du Scheiße. Okay, okay. Noch mehr? Ich krieg keine 350 zusammen. Das verrecken nicht. Ach, da muss ich kaputt machen. Da muss ich... auch kaputt machen. Sammel uns bitte alle. Einmal ein. Ich versuche es, meine lieben Lums. Ich versuche es wirklich. Was sind denn das? Die bösen Orangen? Kommt schon. Jetzt mal ernsthaft. Was ist das? Oh Gott, es wird schneller. Oh. Aua. Nein. Nein, wie unfair ist das denn? Das ist ja total unfair. Hallo. Boah, wie unfair. Okay, alles. Oh Gott, nein. Ich hab nicht genug. Da bin ich mir grad so ziemlich sicher. Ich hab 100 Euro nicht genug. Obwohl, es gibt nur zwei. Ich könnte genug haben. 300 dürfte dafür dann eigentlich reichen. Oder? Ja, auch Gott sei Dank. Das kriege ich ja immer nur zwei. Na klar, reicht dann 300. Ich Idiot. Huh. Okay. Wir haben genug Lums gesammelt. Das war wieder ein Level der Art. Finde ich total cool und habe ich totale Angst vor. Aber hat ja gut geklappt. Und die Level gehen nicht auf Zeit. Ja, das ist auch gut. Dann muss ich mich zumindest nicht darum kümmern. Wee. So. Aber Leute, wisst ihr was? Ich glaub, ich mach diese Zeitlevel da, wo ich die Zeit holen muss, auch demnächst onscreen. Einfach nur, damit das aussieht. Und ich denk, ey, die cheatet ja. Wie ich auch immer hier in diesem Spiel cheaten kann. Wüsste es gerne mal. Ja. Gut. Gehen wir zu Leckermau-Land. Hört sich doch leckern. Kühle Köstlichkeit. Rennen, Raymond. Rennen. Sieht aus, als wäre hier... Interessant. Ich rutsche, oder? Hoch. Oje. 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 Der im Wasser ist nichts, ne? Nein. Außer ein Raymond, der sich wahrscheinlich gleich unterkühlt. Okay. Du machst mir hier unten welche hin. Dein Kumpel macht mir da oben welche hin, oder? Hallo, lieber Kumpel. Genau. Von dir krieg ich die hier... ... oben. Oben. Raymond. Ruhig. Du sollst das alles zerstören. Warum auch immer. Ich möchte es. Da kamen zwei Lungs geflogen. Auch gut. Okay. Das muss einen tieferen Sinn haben. Aha. Nein. Ich habe sie verpasst. Okay. Starten wir das Level neu. Oh, von ganz. Ja, super. Nicht ganz so klug, aber hey. Was soll man machen? Man möchte doch möglichst alles auf Anhieb bekommen. Oder etwa nicht? Upsala. Bitte einmal zurück. Böse Orangen. Ja. Komm schon. Komm schon. Komm. Geh kaputt. Und yeah. Jetzt kommen mir Lums entgegen geflogen. Genau. Jetzt schwimme ich eine Runde. Und hüpfe ein bisschen auf den hier rum. Und mache sie jetzt diesmal aber alle tot. Fast zumindest. Oder sollte er es vielleicht doch lassen? Nein, ich habe es schon wieder nicht bekommen. Was soll denn der Mist? Okay, wie lange geht die Stelle hier noch? Ich wette, es war es. Und jetzt bin ich gleich frustriert, weil wir gleich weiterkommen. Was zur Hölle? Nochmal von vorne. Ich will die Münze haben. Es ist mir egal, ob euch das jetzt ankotzt. Ihr das langweilig findet oder irgendwas anderes in der Art. Das ist mir so Wumpe, wie es einem nur Wumpe sein kann. Um ehrlich zu sein. Ganz ehrlich. Ich bin wirklich Schnurz, Piepel. Egal. Ganz ehrlich. Hallo Lums. Meine Freunde. Hi. So, jetzt aber. Es muss doch möglich sein, auf alle drauf zu springen, ohne sich dabei umzubringen. Oder sich zu verletzen. Ja. Ja, komm. Danke. Okay, den hätte ich... Der hätte mich umgebracht. Wer hätte ich das nicht getan? Und den kriege ich auch noch. Das sieht doch schon mal besser aus, oder? Ja, ich finde das sieht besser aus. Schwimm, Raymond. Schwimm. Nö. Los, schwimm weiter. Nö. Was ist das denn? Ach, da kann ich mich dran festhalten. Ist das Glowbox? So, Moment. Wie kriege ich die denn jetzt alle? Ich kann da auch drauf stehen? Okay, interessant. Interessant. Schwupps. Schwuppdiwupps. So, was ist das? Du bist doch nicht Glowbox. Äh, interessant. Mach das noch mal. Brrrr. Okay, wir haben einen Zwischenspeicher. Hui. Das springt mir jetzt auch so viel, weil ich da nicht hoch konnte. Okay, noch mal. Nochmal, komm. Lass mich dies noch mal probieren. Jetzt aber. So kommt man auch hoch. Und hopp. Und hopp. Und ich hab mich zerquetschen lassen. Gut, dann gleich nochmal. Upsala. Also kann man sich von dem Ding zerquetschen lassen. Na. Raymond, wir werden uns doch jetzt wohl nicht zerquetschen lassen, oder? Komm schon. Ist da unten was? Nein. Das sah so verdächtig aus. Hui. Hui. Und ist das eine redende Gabel? Und da will ich nicht ins Wasser, glaube ich. Ist das eine Melona? Oh, wie geil ist die denn? Hui. Du machst blablabla. Blablabla. Und die Gabeln unterhalten sich. Und was ist das für ein weirdes Level? Geht's mal ernst. Ups, ernsthaft. Uah. Hilfe. Ich bring mich ja noch um, vor Schreck. Komm, gib mir das. Aber ich hab bis jetzt noch kein... Oh. Ich hab bis jetzt aber noch kein Dings gefunden. Kein Käfig. Das beunruhigt mich irgendwie. Geifer mich nicht so an. Ich muss hinterher, ne? Na, ich werd geschoben. Okay. Das ist natürlich doof, falls jetzt was kommt, was ich mitnehmen möchte. Ja, wie zum Beispiel den Lump da. Lumpi! Ich bin tot, ne? Ja. Ja. Ja, geil, fahr mich nicht so an. Ich weiß. Mädchen, findest du nicht, dass du für dieses Gebiet ein bisschen zu dunkelhäutig bist? Ich bin nicht gegen Dunkelhäutige, aber in der Antarktis dunkelhäutig? Äh. Das kann ich mir nicht so gut... Was? Und jetzt soll ich da oben sein, oder was? Das kann ich mir nicht so... Tötet mich mal! Das kann ich mir nicht so gut vorstellen, irgendwie, weißt du? Ja, ich weiß mittlerweile, was du sagst. Danke. Ich verbräuchte keine Erklärung vom Spiel. Okay. 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 Und Münster. Sehr gut. Ist bloß nichts Blödes mehr. Ich hänge an der... Dings. Ist zur Hölle. Ah! Nein! 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 Das war doch so gut. Ich... Die Folge wird doch wieder viel zu lang. Ach so, ich kann das überspringen. Ja, jetzt weiß ich, wofür du überspringen bei dem Mist gut ist. Man kann es ja auch, so wie ich, ziemlich gut... ...verkacken, um es so auszudruchen. Raymond, lauf doch! Am besten nicht so schwer für dich. Einfach ruhig... ...laufen, ja? Dann klappt das alles schon. Die Münze nimmst du mit, genau. Laufst weiter diesen Mädchen daher. Lässt dich bitte diesmal nicht bei der Melone hängen. Läufst du schnell durch. Und hier... Oh! Wieso ist das Ding auf einmal so winzig? Was ist los? Du sammelst die Dinger ein. Na, das da unten wär geiler gewesen. Äh, solange es am Ende reichte, soll mir das doch egal sein. Hallo! Lecker! Du siehst irgendwie niedlich aus. Kraft zum Größe verändern! Ach du Scheiße. Die Münze aller Trichter für den Durchgang, um Größe zu ändern. Da oben ist... ...eine Münze. Ich hätte aber gerne... ...die Münze da. So. Sehr gut. Dass man sich die noch holen kann, ist okay. Ui! Wie ich groß und klein werde! Lass mich durch! So, warte einen Moment. Da kann ich hoch. Da kann ich hoch. Spiel! Uh, mein erstes Geheimnis. Ja, das... ...sieht nicht so gut für mich aus. Wow! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Spiel. Langsam und ruhig. In der Ruhe liegt die Kraft. Weißt du, Spiel? In der Ruhe liegt die Kraft, die ich nicht habe. Weil ich bin nicht ruhig. Und? Das ist der erste Käfig? Wie lange ist denn das Kacklevel? Ah, sorry. Das... Hey, hey! Schmeiß mich nicht aus dem Spiel. PC. Ja, sei überlastet. Kenne ich ja mittlerweile von dir. Ah! Ah! Die Dinger stört das ja gar nicht. Doch, jetzt stört es sie. Hui! Hui! Oh Gott! Hi, ne? Okay, was kommt hier? Oh! Oh mein, die hätte ich aber gern gehabt, du, ne? Und wenn ich mich dafür töten muss. Oh, die Folge wird so lang. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das ist wirklich nicht mehr feierlich, nein. Och. Nein, das... Ich habe den einen, egal. Solange ich gleich die Mütze kriege, ist das nicht so... ...so ähnlich. Da habe ich die roten Piranhas aufgegessen. PC, ich wäre dir doch sehr dankbar, wenn du dich beruhigen würdest. Mein PC geht gerade ab wie ein Schnitzel. In einer Pfanne. Okay, lauf, lauf, lauf. Wie soll ich die denn kriegen? Hm. Wie kriege ich die denn am besten? Rätsel über Rätsel über... Rätsel. Na komm, lass mich da durch. Das Herzchen da oben hätte ich ja schon gerne, ne? Danke. Ja, so ähnlich. Man kann auch einfach zu schnell alles wollen. Was ist denn jetzt passiert? Moment. Ach, jetzt leckt das wieder. Sag doch mal, mein PC geht ab wie ein Schnitzel. Er überlastet sich. Tut mir leid. Wenn mein PC so blöd ist. So, jetzt aber. Das muss doch jetzt einfach klappen. Da kommt schon der Regenschirm, genau. Da warten die Piranhas auf mich. Ich dachte, ich hätte das jetzt berührt. So. Berührt. Geschafft. Okay. Wow. Ja. Ah, nein, 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 nein. Das ist... Ich dachte gerade, das wäre mein Tod. Nein, das ist mein Tod dafür, hm? Oh Mann, dabei lief es gerade so gut. Mann, oh, wie ehrlich das doch ist. Da läuft es einmal gut und dann sterbe ich, hm? Also wirklich gut. Und dann... Dann mache ich flutsch. Uncool. Okay. Okay. Ja, okay. Lauf, 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 Raymond. Danke. Oh, Raymond, jetzt... Bitte einmal... ... die ganzen Dinger einsammeln. Dich... Wieso hat das schon wieder nicht funktioniert? Der reagiert nicht, wenn ich mich hochschießen lassen will. Also nicht richtig. Wie soll ich denn die Lumster unten kriegen, ohne zu sterben, hm? Ah! Ich muss mich da dranhängen, hm? Na, ich riske es lieber mal nicht. Ich habe gerade zu viel Riss. Respekt. Ui! Ach du Kacke. Wie soll ich das denn machen? So nicht. Wieso? So auf keinen Fall. Ach, Leute, wir sind schon so weit über der Zeit, ne? Das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich weitermachen soll, oder... Mit den Lags vor allen Dingen. Mein PC brauche ich mal kurz eine Pause, oder... Aber ich möchte, ich würde dem Level aufhören. Ja, jetzt möchte ich bitte sterben. Na, komm schon. So schwer kann das nicht sein, Dussel. Das schaffst du. Komm schon, du machst du Skills das jetzt durch, wie... ... ein Weltmeister, der stirbt. Die Fächer, ne? Die sind ja so gemein. Selbst wenn ich da nochmal rauskommen wollen würde, weil ich noch ein zweites Leben reinhörig habe, ich würde nicht rauskommen. Ja, gut. Ich hätte eigentlich schon an den zwei Dinger tot sein müssen. Ich habe mich nicht zweimal gepikst, aber hey. Na, komm. Ja, klar. Geh tot. Ah, was ist denn jetzt passiert? Hilfe. Spiel, du möchtest mich doch auf jede erdenkliche Art und Weise einmal töten, oder? Ganz ruhig. Nein. Warum lebe ich denn noch? Das ergibt keinen Sinn. Also, wenn die Folge echt zu lang wird, dann... Scheiße, ich drauf, du möchtest in der nächsten Folge. Na, ich gebe mir noch zwei Minuten. Zwei Minuten, haha. Nein, ich will diese kacken Münze haben. Ich habe eine Idee. Kann ich mal was ausprobieren? Gut ausprobiert. Sehr gut. Ich bin begeistert von mir selber. Spiel. Bitte. Einmal nur, okay? Nein, so hoch die Münze holen funktioniert also auch nicht richtig. Ich will sie noch mal ausprobieren. Na, erst die Dinger. Nein. Kann man knicken. Ich muss da von oben rein und dann unten raus. Bin ich mir ziemlich sicher. Also, für mich ist das übrigens genauso langweilig und nervenaufreiben wie für euch hier so. Wie soll ich denn die kacken Münze kriegen? Kackt doch mal. Kack. Äh. Ja, in Slow Motion soll ich sie kriegen anscheinend. Ist okay. Vielleicht ist das ja wirklich einfacher. Schade. Schon wieder weg. Dankeschön, Spiel. Wie gnädig von dir, dass du mir diese Münze endlich mal gegeben hast. Dürfte ich jetzt bitte auch noch bis zum Ende... Lass es da unten. Außer der Tod, bitte. Uuuuuh. Der zweite Käfig, ja. Okay. Hi. Hi. Hi, wie geht's? Hi, wie geht's dir? Und dir? Und dir? So. Käfig. Dankeschön. herzlichen Dank auch. Boah. Komm schon. Jetzt kann's aber doch. Endlich mal schaffbar sein, oder? Boah. Ihr hasst mich doch, oder? Ihr hasst mich doch, Spieleentwickler. Was habe ich euch getan? Mann. Was? Dass ihr mich so hasst. Was tate ich euch? Was tate ich euch? Generell, was tate ich? Was habe ich euch angetan, angeblich, ja? Die hätte ich gerne. Danke. Oh, das Ende. Ich bin... Ich bin... Wow. Fast tot. Weil ich zu blöd bin, das Ende hinzukriegen. Willst du mich verarschen, Spiel? Raymond. Auf ihn drauf. Nicht gegen ihn. Fast. Raymond, du sollst ihm eine reinhauen und dich nicht von ihm verprügeln lassen. Ich laufe nicht. Ich kriege das Ende jetzt nicht hin. Jetzt aber, oder? Ja. Jetzt aber. Bäm. Dann halt nicht. Dann halt nur der Käfig. Oh Gott, wir haben es geschafft. Nach 35 Minuten insgesamt von dieser Aufnahme. Zwei Level waren das, ne? Zwei? Drei? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe sogar eine Münze. Ich glaube es nicht. Das habe ich mir jetzt aber auch verdient. Spiel. Das habe ich mir jetzt auch verdient. Oh ja. Und wie ich mir das verdient habe. Bäm. Noch einer. So. Jetzt aber. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.